Hallo und Willkommen bei Diablo 3 LPT Willkommen zurück Willkommen Ja wir stehen hier in der Kathedrale vor der vierten Ebene stehe ich jetzt alleine Kulik und auf Wiedersehen Gebrauchst du zu lange Ja womit erzählen sie sich noch immer Da sind wir mal vor Ich will jetzt noch 6 und 6 Wie fühlst du jetzt bei dir? Das geht gar nicht Stopp Ey auf weg zu springen hier Wir sind ein Mann an mir Ähm zwei Männer Vier, drei Männer Mann, Frauen Scheiße Vollkommen verwirrt Er war verwirrt Er war verwirrt mit Öl verwirrt Wege eurer Anwesenheit wisst ihr? Oh Bluko Komm gib mir ein 5er Stack Ey hier ist ein Bluko Ja ich weiß hab ich schon eben gesagt Hast du? Könnt ihr übrigens alle sehen auf meinem Channel Da hab ich zuerst gesagt Ja 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 Ich bin reingesprungen Ich glaub ich hab das zuerst Ja du springst immer gerne rein Du hast aber nicht gemeldet Du musst zuerst schreien Ja schon Unten sind der Gegner Ja kommen die Paar Ja nicht die Paar Die sind wichtig Sowas Ich find es immer wieder erstaunlich Ho 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 Ich find es immer wieder erstaunlich Entweder schreien alle durcheinander oder keiner sagt was ich brauche mehr Zeit ich brauche mehr Zeit beim Lager Level ab jetzt schon kleine Cheetahsau mir fehlt ein ganzer Balken noch wir haben ja noch halb morgen und breit war auch vor da hinten geht es übrigens weiter, ne? ja, wir haben schon gesehen, da läuft ein ja, rechts hier rein ja, auch V-Zug sprengen, du, du, du Sau, du Boomer! Ne, genau! Hauptmann das war mal einer ach, bin ich froh, dass ich ein Range-Kämpfer bin kann ich die scheiß Goblins, wenn ich so in den Arsch treten gescheit die königlichen Kröten ja, auf geht's na, aber mal gucken die sind so königlich oh ja, mega, ich hab immer noch kein Level ab, sag mal hey, Schanel, Level ist nur langsamer als lebende Burger ich hab sogar Items, die Plus-Erfahrung geben trotzdem Level ist langsamer als hier hey, du bist aufgestiegen ja, jetzt, halbes, halbes Jahr später, weißt du muss ja auch mal kommen, ne? so, sag mal was nein, ich zieh das Schwert heraus haltet euch von ihm fern diese Würde muss sich allein tragen teuer möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric der freie Schwester selbst im Tod werden die Armeen noch kann Duras weiterhin ihrem König dienen selbst wenn ihr es nicht tut Banane Vodka Kuchen Banane-Wodka-Kuchen, cool geil das ess ich jetzt ey, das ist der König auf eh Ihr wagt, dass das Lebensraum in meiner Hand zu tragen Aua das war jetzt nicht so gut ich will nicht verrecken, ich will nicht verrecken, ich will nicht nein, 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 her auf das stell dich nicht so an hier, komm das tut weh das ist ein Mann oder Frau äh, beides Pferd braucht mehr Zeit Mannsweib hier Pferd Pferd Aktivierte Säule, okay, zerstör sie ja, damit hätten wir die Säule kaputt 77 DPS jetzt schon, das ist ja nicht normal das liegt einfach am Info-Post wollen wir tauschen? ja, natürlich, ich hab jetzt schon 208 Int ach na komm, du bist der scheiß buff da ey wer kann, der kann, Schnucki wer kann, der kann nicht, ne, der Schnucki tja beim Skelett-König wird's ein bisschen schwierig dann du musst schon immer warten, bis das Skelett erspawnt die killen wir alle, damit du nicht gebufft wirst los Tyvers, das müssen wir machen ich bin doch immer nicht der Erste, der sterben soll nein, das muss der Tyver machen ich will meine Wette noch gewinnen was gewinnst du denn? ja, so einiges, das übliche, weißt du Dinge halt, ne immer noch das übliche ja, das übliche ja, das übliche ja, wir sind doch nicht abgesprochen, was das üblich sein soll oh, Gold weißt du, huch wer hat man die Tiere aufgemacht? niemand nicht? ja, aber jetzt ist na, hör auf und, nun kommt eine große Überraschung und zwar nein, das ist keine Überraschung der Skelett-König ich weiß, ob ich annehmen soll ja ja, aber ich nehm nicht an ich weigere mich glaub ich schon, Janai glaub ich schon süßer ich hast du nein nur auf, nur an dem drücken ich gehe ok, weil die auch Zeit das tut mir leid ich genieße ihr werdet Menschen ehmals versieden das hab ich schon so aufgehört ach ja sag dir der Skelettemann lalalala ich bleib so schön ich mach mal gar nichts, ne Steinay, du schaffst das schon jaja, easy ah, scheiße, die kommen jetzt auch zu mir ich hab nen 4er-Buff gekriegt, schade naja, wärst du bei uns geblieben, hättest du nen 5er gekriegt naaa oaaaaw aber gut nachkam ich bin lautstern gekommen voll nen fiesen Pickel aufm Kopf gucken die an, ey ne Waffe für is hast du? ja da Merci die Falsche ok, hat mir aber voll nicht geholfen so, da ist der Skidettkönig ja los, befreien wir ihn ja, den kann man anklicken ja, ist ja geil, das muss man ja machen komm, in unter 2 Minuten müssen wir es schaffen gewinnen wir den Erfolg unter 2 Minuten unter 2 Minuten hast du nichts noch vergesst? was will ich hiermit erfolgen? ich habe das schon, Alter boah, 19.000 live ich bin fast verreckt, ey warum hat er hier so viel Leben? tja, weil er es kann ich höre ich hier aus mal ja, irgendwie war der erst mal weg hab ich keinen Bock hier zu verrecken wie war das bei jedem Boss, kratzt einer ab, ne nein, nein, nein nein, bei den Gabeln kratzt jeder in einer Ah, ich hänge! ich komm hier nicht weg oh, Alter so, jetzt habe ich ein 5er Stack ja, er hat schon 15.000 Leben nur noch ja, 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 ja pass auf hol dir einen Buff ich hab dann auch ich glaube weiter auf den auf autos heute noch ein speed ist mit dem charakter beeintrischt ich weiß nicht ob wir da gerade zeigt ob es nicht krank aus er geht ja ab wie schützt katze ja ich brauche mehr zeit ich will nicht verrecken 8000 noch ich weiß nicht mehr befräschend ich die nächsten doktor schon vergessen lol kratzer mir mein pulver kehr ich glaube ich bin es ist da nicht wahr scheiße ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit mein neun damit so attacke weiter geht's aufs wenn man so wenig wenn ich es gibt eigentlich auch erfahrung ja aber nicht so wirklich viel also selbst auf ms 10 das nächste kaum leider er ist tot er ist dauernd bevor er uns schlagen konnte ist er gestorben und es gab das erste gelbe item genau für mich auch ja mehr damage und zwar ein riesiges mehr und die damage schlampe es gab sogar zwei gelbe items ne für mich nur eins er war ein guter herrscher nicht nur eins ich hab zwei waffen gekriegt ich hab mir zwei handhaben groß gekriegt anschließend ließ die haben die verlassen kam ich ihn von den toten er springt sich schon wieder die schlampe er hat man auch was muss deswegen gell der krater sind er sprügt er ist da ich hab mir gefällt ihr seid der ursprung all dieser zerstörung dauernd ich bin ich war ich war ich werde sein aber es sei schlafen könnt ihr euch erinnern weshalb ich weiß gerade ich bin nicht euer feind ich denke ja ich glaube dass ich gekommen bin glaubt dass der kirche die dunkelheit die dunkelheit rückt näher was nicht an ich kann mich nicht mehr erinnern alzheimer jetzt schon er wird uns helfen zu verstehen ich koch dir nicht an das hilft ihm auch nicht wie wir einfach mal die kompletten dialoge vergeigen weil jeder irgendein dämischen kommentar mit reinschmeckt all den mysterien zum trotz die noch gelöst werden wollen erfahre ich jetzt dass der gefallene stern ein mann ist er hat nur wenige erinnerungen an sich selbst ich werde ihn zu decke kein begleiten bei ihm wird er antworten finden auch noch vielleicht ich finde es sehr geil dass die unterdrückte ähm synchron zur sprecherin laufen ach ja dieser Mann war der gefallene stern der bist du noch mal niemand könnte etwas derartiges überleben wer seid ihr was seid ihr ein Spice Girl ein Krieger glaube ich ein Krieger glaube ich ich kann mit schlechten Nachrichten doch ich erinnere mich nicht guck mal in dein Tagebuch Ihre Nachricht ist möglicherweise das Einzige das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann ja der Auserwählte mit Gedächtnisverlust oh scheiße die Pickups erzählt mir alles woran ihr euch erinnert Fremde jedes Detail fallen Feuer ich gehe da mal ne ein Schwert von großer Macht es war ein Teil von mir aber es zerbrach in drei Stücke als ich fiel es ist wichtig dass wir diese Schwertstücke finden ich glaube dass eure Erinnerung zurückkommen wird wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen die Ziegenmenschen wüten durch die Felder könnte das Schwert etwas damit zu tun haben natürlich 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 genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben ich werde Jagd auf die Ziegenmenschen machen das Schwert wird bei ihnen sein das Schwert finden das Schwert finden also ich bin fertig cool das Schwert mein liebster Head so Larry ich hab ja ein Setteil das ich herstellen könnte ein Setteil? ich kann sogar zwei Setteile herstellen guckt mal nach ob ihr auch Setteile herstellen könnt ja kann ich ich kann sogar mehr als nur zwei machen warte muss ich gucken äh Setteile? ne gar nix gelbe Sachen ist das höchste was ich hab ich hab noch nicht viel mit Rezepten hier gemacht achso das ist Hardcore ich kann mich nicht erinnern dass ich irgendwas gefunden hab hm hm ja gut ich hab ja schon Ciao auf Hardcore den hab ich schon ein bisschen hochgeklöppelt ich kann sogar zwei nach Stufe 7 lol zwei neue Waffen gemacht mal schon da bleibt ja 26 oh ich muss mal ob ich das nicht vielleicht doch irgendwie mal farme die Sachen dafür ja zweimal die Waffe wär schon cool hab ich schon gemacht zwei Handwerker Forstwaffen ja habt euch jetzt mal Waffen zusammengeklöppelt ja klar hab ja nichts über ich hab noch gelö- ähm genüge ich über braucht ihr nochmal Sachen? achso ich Handwerksmaterial Find Exist Exist äh exents 108 108 108 ja ich brauch 200 oh für alle alt hahaha ne ne kriegst du nicht mhmhmhmh So, äh, gehen wir mal weiter, würde ich sagen, zu den Feldern. Ja. Ui, nicht daheim. Der Verlassene. Lass ihn einspringen, wir hauen ihn schnell ab, komm. Oh, scheiße. Oh, fuck, er ist auch schon. Falsch. Zählt nicht. Natürlich. Nope. Doch. Bin er da. Toll. Kaum kommt ihr mit, regnet's, ne? Bring da schöne Wetter mit. Ja. Die Höhle der Kasra. Oh, scheiße. Truhe. Da ist nur Gold drin. Schade. Ich werde dir angegriffen, hilf mir. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Zu spät. Nein, es ist nie zu spät. Klar. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Kasra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich. Vorsicht, ich weiß nicht, da ist so ein komisches Viech. Huch. Ah, fuck, er hat nichts gerade. Kreaturen von einfacher und träger Natur. Das hat voll viele Leben, das muss ich tun. Ich brauche mehr Marana. Ich leuchte es hier. Übersteigt alles andere in meinen Mutisten. Ich muss Level 26 reisen für die Fähigkeit, die ich haben will. Das ist aber doof. Welche dann? Ähm, bei Heep will ich ne bestimmte... Ich habe die unmöglichen Geschichten gehört. Ach so. Wo seid ihr denn? Ich bin hinter euch. Also ich bin weit weg. Ja, das sehen wir. Ah scheiße, ich werde verfolgt. Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. Scheißdinger haben viel Leben, ey. Ja. Man alleine drauf braucht. Ey, das ist ein Waldbaum. Ein Ems aus Herr der Ringe. Nehmen wir ein Triant. Au. Nein, ich bin nach dem Pflanzenhof, ey. Ja, ja. Ich bin scheiße. Ach, er ist wieder ein Event. Ja, ja. Wie habt ihr denn jetzt angeschleppt hier? Ein paar. Ihr solltet kaputt machen. Ja, ich warte, weiter. Ich muss ein bisschen aufpassen, meine Liebes sind auch nicht überliegt. Ja, ja. Das ist meine Kugel. Rote Kugel. Ja, das ist meine Kugel. Es braucht einen Bruch. Ich bin Bock. Ich sehe nichts. Alter, Cheater, ey. Fernkampf. Ich bin mir Zeit. Wer kann der Kugel? Mehr rote Kugeln. Immerhin, rette ich euch den Arsch. Nö, ich hätte sie einfach zu mir gepultern. Das ist schon gut. Warum hast du nicht? Ja, weil die nicht weggelaufen sind. Ich war zu lange noch. Ich muss mal zum Event. Ey, da ist ein Baum. Ich brauche mehr Zeit. So geht das. Hör auf, fortzuspringen. Die Dämonenbrot hat sich in meinen Feldern eingenistet. Was macht er jetzt? Wir sollten gehen. Hier ist es nicht sicher. Dieses Land ist alles, was meiner Familie bleibt. Ich kann hier... Oh yeah! Mein Gott, was macht man die denn hier alle? Gibt es was umsonst oder was? Ja. Was denn? Danke, Gamers. Zumalste. Gibt es umsonst zum Essen. Dam, 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 dam. Scharnay gibt es auch zum Essen. Wirklich? Ich will gleich drei davon. Das wüsste ich. Das ist ja alles zum Essen. Gleich drei davon, bitte. Sehr schön. Fünferstack. Jawohl. Was? Fünferstack? Ja, Masse. Fünferstack, ja. Es geht nur fünf maximal. Zehn muss es geben. Und die Oberfledermaus kommt jetzt. Ja, schön wär's. Dreitausend Leben. Naja, komm. Wir haben Leoric mit. Wie lange habe ich ja? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Nein? Lauf ich kann es. 19, also irgendwas. Ja, ja. Haha. Passt. Zwei unnötige Items. Ja, ein Schild habe ich ge... Könnt ihr das brauchen? Mein Land ist gerettet. Seid gesichert. Nee, ein Weniger. Ein Weniger. Äh, Schild. 52 Rissi, 6 Stärke. Oh, und ich habe zwei Händen, zwei Forstwaffen. Okay. Au. Okay. Wir sind übrigens gleich bei 20 Minuten. Ja. Nur so als Notiz. Notiz. Für die Kleinen. Wenn wir uns hier durchsuchen. Sollen wir den Stab der Kasran noch schnell holen, oder haben wir das in der nächsten Folge da? Ich will sagen, wir holen den schnell. Wir können doch machen, ich weiß, wo der ist. Ich auch. Ist ja immer ein bisschen woanders. Nee, der Stab ist immer an derselben Stelle. Also ich habe bisher immer an derselben Stelle gefunden. Hm. Die Höhle wechselt aber. Der Stab ist doch nicht in der Höhle. Das Schwert ist in der Höhle. Die Schwertstücke. Ja, das Schwert, ja. Aber er meinte gerade bestimmt was anderes. Achso, nee. Wir müssen nicht die Höhle der Kasra finden. Stimmt, ja. Nein, der Stab ist an diesem Dings, diesen Transporter da. Ja, ja. Aber im Moment müssen wir die Höhle finden. Achso. Aua. Das hat voll nicht weh. Solche Umgänger. Und zack, fünfer Stack. Wunderschön, wunderschön. Wo ist weg hier? Huch. Okay. Du hast einen Blitzer her. Tai-Bas, das weiß ich nicht, was du es warst. Was war ich? Meine Kraft wächst gewaltt. Ich weiß, dass du es warst, dass du sie angedockt hast. Ist ja allang gelockt, ich weiß das. So, was haben wir da? Ja, super. Alles, nichts. Na toll. So, und dann hier nochmal eben den Sprung rein. So. Toll wie die Gründe hätten. Na, sehr schön. Ja, müssten wir mal die Höhle finden. Ja, ist ja schon. Das hier ist ich schon mal nicht. Nope. Aber eine andere Höhle. Ja, ist die Frage. Die Folge jetzt noch? Machen wir da ein bisschen länger die Folge, oder? Ich werde eigentlich noch den Stab holen. Ja, die Höhle. Ja, scheiße. Ja, die Höhle. Ja, dazu müssen wir sie finden. Ja. Das könnte ich zickere da. Ist mir wurscht. Bam. Das ist mein Herz. Sitz die jetzt? Ja. Die ist auch nicht. Verfallene Krypta. Die ist es auch nicht. Fledermaus. Ich geh mal ein bisschen suchen. Mal gucken, wer sie findet. Also Gegner findet. Ja, Gegner findest du immer. Ja, natürlich, klar. Geh mal mal gucken. Dreck-Sau. Ach nee, halt, nicht Dreck-Sau, Schlampe. Läsber, wenn ich bitte drauf. Das ist einfach zu mir von. Dein Fisch ist ein Gründer. Ja, ja, das ist... Es ist ein bisschen krank aus, ne? Na, das ist ein Tierarzt. Ich bin der Tierarzt. Oh, und gesagt, ich hab ein Pflaster. Ein Dokument. Ich brauche ein Pflaster. Ja, ja. Nimmst du schon eine ganze Höhle auseinander, teilweise? Ja, ich merk. Boah. Wir kämpfen ja schon. Ich bin jetzt schön erschrocken eben, ey. Ja. Mal live irgendwo voll in den Keller gerauscht. Ich hab mich mal eben zurückgezogen und heil mich gerade in der Stadt. Sprecherpunkt. Deswegen Speicherpunkt. Oh, Speicherpunkt. Stimmt. Such nach dem Glühenden Schwertstück. Schwertbruchstück in der Hölle. Willi der Kastra. Da läuft der ja schon. Ja, da ist er schon. Und... Oh shit, was war das denn jetzt? Oh, der hat den Hammer. Die Sau, ey. Ich lieb diesen Skill einfach. Ja, ist geil. Dass du alles immer verschmettern? Ja, ja. Du kannst später noch eine Runde mit reinpacken, dass der Hammer noch nicht nur einmal schlägt, sondern nur halb ein. Dreimal. Wenn er noch mehrfach nachbebt. Das ist mega geil. Aber es gibt... Ich feier diesen Skill. Es gibt praktische Flichtheiten, aber zurzeit... Ja, natürlich, ja. Worauf ich mich schon freue, sind meine Mantras. Ja. Die werden richtig geil. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Deine Mutter. Ich werde dieses Schwert seinem Besitzer zurückbringen. Dennoch. Ich beanspruche es. Ich bin Magda. Was für eine Antwort. Ich führe diese Schirke. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle Hexen. Dann soll es so sein. Fahr zur Hölle Hexen. Lass die Spiele beginnen. Oh Mann. Ja, die fallen nicht ziemlich schnell, ne? Mhm. Ja, ich hab noch so einen schönen Skill mittlerweile. Die Heimsuchung. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Ja. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Ach, das ist doch der Oma oder was? Die ganze Uralten. Oh. Oh. Wäre ich seh. Ja, ich hab einen schönen Skill hier. Die Heimsuchung. Damit kann ich einem Gegner im Verlauf von 6 Sekunden 575 Prozent Waffenschaden, als er kann Schaden zu fügen. Und wenn er stirbt, geht die Heimsuchung auf den nächsten über. Da kannst du richtig geil was auspacken mit. Was für Waffe hast du eigentlich gerade? Eine Sense und einen Knüppel, ne? Ja. Du alter Knüppler, du. Ich würde sagen, kriegen wir mal das ganze zu Kane zurück, ne? Mal gucken, haben wir noch Leichen. Zurück zum Absender. So. Und zurück hier. Dann gucken wir doch noch mal kurz, was Kane uns so erzählen möchte. Die Hexe namens Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard. Das hört sich an wie die Kultisten von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Ich kriegst nen Text. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Schatten sind nur Trugbilder. Illusionen. Oh, Spaken. Das nächste Bruchstück des Schwertes liegt dort, wo nur die Urahnen willkommen sind. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephilim. Lea, dein Wissen könnte von uns schätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Ein Buch. Die Nephilim waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Onkel Deckert glaubt, dass wir die Erinnerungen des Fremden... Ja. Dann warten wir mal vor kurz auf Dings, auf Taivas. Ich bin noch schon längst da, ich warte doch hier. Shanae fehlte, der versteckt sich da hinten. Der böse Kuh, der versteckt sich. Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Ja. Okay, das war's für diese Folge LPT. Diablo 3. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 So, der Skelettkönig ist gefallen. Wir haben ihn geplättet. Und die drei Damen ziehen weiter. Die drei Jütterschlampen gehen weiter ins nächste Gebiet. Richtung Tempel der Nephilim. Und vielleicht erleben wir auch noch was anderes. Schaut vorbei. Ciao. Jug geht nach. Schlagen Erehertz. Schaut brother, Mann. Ich brauche ihm zu büchern und geheimnis Jesper. Damit alles zusammen sevent Litem. Ich160 fressiere dichわか schwer. Sir bitte schön. Ich Advocagua. Ich sollte nie wedlecent, alle Tag, Plan undaciberated herkeszen. Und ich glaube, es gilt bei Unruhung zu büchern. ich-U� Brot war euer sieben. Ich tische Woche.